Willkommen zurück zu Super Mario 3D Land, wir sind immer noch in der 8. Welt, 4. Level, äh, das sieht mir nach Bohus aus, Leute, oder? Bild ich mir das ein? Nein, das bildest du dir nicht ein, du schön Bohus. Und ja, schauen wir mal, was die diesmal für uns auf Lager haben. Äh, gut wird's nicht. Da bin ich mir fast sicher. Wow, 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 okay. Ich muss auch sagen, ab hier, äh, wird das Spiel jetzt langsam bleiben für mich, ähm, weil ich das jetzt noch nicht weitergespielt habe. Einfach, äh, kein Bock, keine Zeit und so, muss ich zugeben, deswegen, ja, könnte mich das ein oder andere jetzt ein bisschen überraschen. Das Level hab ich aber noch gespielt, das weiß ich. Da erinnere ich mich jetzt nämlich im Endeffekt doch noch dran. Ups, weg da. Ja, töten kann ich die damit ja auch gar nicht, das bringt mir also nichts, von daher, wuh, egal. Es ist einfach nur zusätzlich Energie und hier. Münzen. Gut. Gut, 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 Münzen sind feine Sache. Und dieses Ding ist ja auch eigentlich ganz cool, aber der läuft mir weg, oder was? Hallo? Ach, nein. Ach so. Ach so. Okay. Ja. Ich dachte gerade, ich soll da drüber springen. Oder ich muss irgendwie. Das wär jetzt nämlich gerade echt ungünstig gewesen. Da war ich nämlich nicht drauf vorbereitet. Und das muss ich schon sein. Okay, hier gibt's was. Hier gibt's was Feines. Hier gibt's was Feines. Mario, das nimmst du mit? Nein. Ach, ne Blume. Ah, okay, komm. Du brauchst die Zusatzenergie. Die brauchst du, die brauchst du, die brauchst du, die brauchst du. Lass dich hier nicht verarschen. Lass dich hier nicht verarschen. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Geschafft. Checkpoint. Ey. Aber noch nicht viel, ne? Wow. Wow, 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 wow. Ein Stern. Ein Stern. Komm her. Ey, das gibt's doch wohl nicht. Ey. Weigert sich der Stern. War hier nicht auch eine Sternmünze? Da. Ja, und jetzt? Ach. Okay. Gut. Ah, jetzt mach doch mal. Ah, das soll mich jetzt aufhalten. Das denkt ihr? Das denkt ihr? Ich hab'n Tanuki. Das interessiert mich also überhaupt nicht, was ihr macht. Kein Stück. So. Könnte man jetzt auch sagen, das ist lame oder so. Aber es ist halt effektiv und... Ja. Bisher hatte ich noch nicht viel Glück in diesem Spiel. Deswegen... ...verlasse ich mich lieber darauf. Auf Sachen, die funktionieren. Ja, komm, noch langsamer. Wo müssen wir denn hin? Wow. Das Cam in 3D, glaube ich, auch ganz cool. So, und geile Fallsequenz. Äh, okay, oben. Bitte. Ach so, ach, okay, komm, ne, scheiß drauf. Brauchen wir nicht so lange drauf warten, ne? Ah, krampfte Finger. Okay, ein bisschen locker. Und tsch, 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 okay. Hm. Ah, was ist die nächste Welt, hä? Das sieht mir doch, ja, nach einer Art Vorschloss von Bowser aus. 8,5. Ach ja, wunderbar. Da kriege ich richtig Bock. Aber ich weiß ja jetzt, wie das funktioniert. Deswegen heulen wir nicht rum. Machen wir einfach. Und mit dem Tanuki ist das ja auch alles. Ganz locker, ne? Ja. Gut, 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 Mario. Flieg, 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 flieg. Gut, äh, wie machen wir das denn jetzt? Wie machen wir das denn jetzt? Wie machen wir das? Einfach so, einfach so, einfach so, einfach so, einfach so. Und weiter. Und geschafft. Ja. Ja. Also jetzt, jetzt auch mal, jetzt, jetzt mal ohne Witz jetzt hier, ne? Also jetzt mal so ganz ohne Spaß und ernsthaft. Ja, das war doch scheiße. Das hast du doch gesehen, dass das scheiße war. Wo machst du denn sowas? Musst du Ideen hier machen. Ach. Verliere ich noch alles. Mein Gott. Aber so insgesamt, die achte Welt bis jetzt, äh, da war die siebte doch schwieriger, oder? Oh, oh. Vielleicht finde aber auch nur ich das. Ah. Nein. 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 Oh. Boah, ich dachte, Mario ist daneben gesprungen. Ich hatte wirklich Angst. Aber das Level ist geschafft. Schön. 72 Münzen. Interessiert keinen Menschen. Und da ist eine Festung. Aber ich darf euch beruhigen, Leute. Die sieht zwar verdammt groß aus. Aber. Bowser wird uns da entkommen. Ja. Kann man sich nicht vorstellen, ne? Aber es ist so. Hm. Jetzt ist die Frage. Komme ich wirklich an dem Bowser vorbei, ohne einen goldenen Tanuki? Ich hab da ja, äh, na, ein bisschen Bedenken. Ich hab ein bisschen Angst. Und zwei K-Mex und ich hab gar nichts und... Ah gut, wenn ich abkacke, bin ich wenigstens groß. Ach. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Das war ja schon wieder kacke dämlich, so. Euch beide... Muss ich... Wow. Muss ich ignorieren. Und ich auch. Und euch und... Ah. Ist da drin. Ich will wissen, was... Ich hätte jetzt gedacht, da wäre was Gutes. Ach so. Nein. Ah. Dreck, ey. Ah. Es ist schon wieder... Es nervt. Mann, ich will ja es vernünftig machen. Das kann doch nicht wahr sein. Hilfe. Ah. Ich springe auch wirklich fast schon... Oh Gott, ich hasse es. Ich das... Hasse sowas. Wenn das passiert ist... Wenn man erstmal... Erstmal so ein... Dieses, ähm... Ja. So ein Problem drin hat. Dann kriege ich das so schnell nicht raus. Ist einfach so. Keine Ahnung. Ich weigere mich dann einfach, es anders zu machen. Aber ich mach's jetzt anders. So ganz in Ruhe. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass hier so lange bleibt. Oh. Oh. So, jetzt. Ähm. Ja, geil. Oh, wieder nichts. Das gibt's doch gar nicht. Du musst mir doch mal was geben. Los. Los, gib mir was. Pilz, 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 Pilz. Nein. Kein Pilz. Natürlich nicht. Soll's auch anders sein. Oh, wesens groß. Checkpoint. Alles klar. Bis dahin sind wir schon mal ein. Jetzt kein Goldenein. Ich will kein Goldenein. Oh, nein. Drei. Drei Boomerang. Brüder. Nein. Okay. Gut. Locker bleiben. Schaffbar. Schaffbar. Einer noch. Ah, komm her. Komm doch. Oh. So, das wusste ich nämlich, dass wir da einen kriegen. Ist ja auch nicht schlecht. Da können wir uns wenigstens hier die Münze holen. Aber... So, im Endeffekt. Im Endeffekt bringt uns das nicht viel. Ne. Nicht wirklich. Oh, weg da. Weg, 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 weg. Gucken wir mal hier. Oh, ja. Oh, daran erinnere ich mich. Ich erinnere mich. Und da ist Bowser. In voller Pracht. Und irgendwas sagt mir, dass er mich nicht so einfach vorbeiziehen lassen wird. Ne. Geht ja nicht. Er ist ein Arsch. Er ist einfach... Ein Arsch. Übrigens habe ich mir überlegt, ich werde die Special-Welten nicht spielen. Nein. Für mich ist nach der achten Welt Schluss. Spiel beendet und so. Scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich hätte eigentlich ganz gerne die Energie noch behalten. Nein. Okay. Jetzt muss ich es ja mal ohne Tanuki schaffen. Schauen wir mal, wie das so geht. Ob das überhaupt geht. Es geht doch nicht. Ich kann doch unmöglich an denen hier vorbei. Ich meine, das stellt sich da doch jetzt hin. Wie soll ich daran vorbei ohne Tanuki? Kann mir das mal jemand erklären? Da komme ich nicht hinter. Okay, Leute. Im nächsten Part versuchen wir es weiter. Bis dann. Und ciao.